Willkommen zu Part Nummer 11 des Half-Life 1. Let's play, walk, through, Gedöns. Gameplay with commentary, whatever. Wir stehen vor einem Fahrstuhl und werden jetzt mal nach, ich vermute, unten fahren. Und mal gucken, wie es weitergeht. Indem wir letztes Mal ein wenig durch Kanalisation gefahren sind in der Nähe vom Lambda-Komplex, hoffentlich. So, das sieht aber gesund aus. Ops, ja. Oh, hau. Okay, so lustig klettern können wir schon mal, hilft uns aber auch nicht. Und kratzen so. Ja, noch so ein ominöser Kasten. Wurde ich irgendwie eine Art Generator oder was? Oh, noch zwei von den lustig dicken Viechern. Nee, ich möchte ja nicht von der Granate getroffen werden. So. Oh. So. 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 Ich seh grad, ich hab noch 15 AP, 30, komm mal hin, wow, ich hab mich da gut runterschlagen lassen. Aber, das soll nicht heißen, das soll nicht dem Leben klarkommen. Oh. Au. Unfair. Mit 10 HP wird's doch ein bisschen kritischer. Auf geht's. Lambda-Komplex. Wir haben's doch langsam geschafft. Finally. Wir sind an einem Ziel angekommen. Ähm. Also. Quasi. Ist besser noch durch das Ziel durchlaufen, ne? Ähm. Ah, okay. Das darf ja uns aber nicht so großartig was hinterherlaufen. Ansonsten, äh, wird's schwierig. Hoffnung, dass hier gleich keine Gegner auf mich warten. Herr Headcrap könnte mich jetzt auch schon töten. Wow. Weißen! Kann ich mal gucken nach oben. Ich hab schon hier sehen, gibt's Leben für mich. Oh, ohoi, 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 ich möchte doch nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Ein bisschen HHP wieder kriegen wir ganz nett noch, aber na gut. 50, 15, oh, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Da würde ich jetzt gerne dran. Oh nein, da sind auch noch die Ninjas wieder da. Ich habe die nicht getroffen, so ein Dreck. Was? Jetzt bin ich doch noch gestorben. Nochmal. Damna. Standard. Ja, ist ja gut. Kannst super ausweichen. Aber. Was? Okay, krass. Die machen mir gerade Angst, schön zu schaffen, die kleinen Mistviecher. Da hat sich die Kleine gerade selbst in die Luft gejagt. Das ist doch nett. Ich speichere mal kurz zwischen. Das ist ja... Habe ich die dritte jetzt bloß durch den Pakt besiegen können? Aber na gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Haben wir uns zwei Leben gekostet. Das soll ja wohl reichen, oder? Was? Jetzt habe ich es aber getroffen, ja. Ich gehe erstmal in den dunklen Gang lang. Vielleicht ist da die Chance auf etwas. Ach nee, jetzt ist ja gleich gegangen. Na gut. Ich möchte jetzt mal gucken, ob man da hinten vielleicht an die Automaten kommt. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann geht's weiter. Mal gucken. Ich habe jetzt ein kleiner Fahrstuhl-Lift. Ich gehe mal nochmal. Okay. Die Feinde sind nach wie vor eine sehr schöne Waffe. Aber wir geben auch bald die Munition für aus. Ups, wer hat denn jetzt hier? Ja, dann ist ja gut, dann lass mich mal weiter. Aber wenn das alles noch abgesichert sein soll, kommen dann noch Gegner? Ich weine. Man könnte ja jetzt denken, dass... Andererseits können die sich ja rein teleportieren, ne? Ja, wir gucken uns erstmal rum. Ja, das ist bestimmt ein tolles Lob gemeint. Eine neue Waffe. Das ist ja ganz nett, ne? Die macht kurz den Prozess. Das ist zwar nie meine Lieblingswaffe, aber ist doch schön effektiv. Okay, so sicher sieht das hier unten dann doch nicht mehr aus. Das kann durchaus sein, aber... Das ist ja nur der einzige Grund sein muss. Haaa... Alles klar, dann mal wieder zurück. Aber schön ausgerüstet. Wo führen hier sonst noch Wege hin? Ich hab grad gar nicht geguckt. Naja, 20 Energie haben sie gekostet. Mal gucken, was hier noch ist. Ich hätte ja auch Schilder lesen können, aber... Jaaa... Ich glaub ich muss eh runter, ne? Ich speichere nochmal eben. Und das ist im O-1. Dann wollen wir mal O-1, äh... Aktivieren. Hab ich schon mal erzählt, dass ich's nicht mag, wenn Viecher hinter mich spawnen? Das klingt aber wieder ungesund. Das klingt aber wieder ungesund. Okay. Dann werden wir auch mal die erste Kunde an. Okay. Dann... So... Der hat noch mal die erste Kunde an. O-1 läuft. Offensichtlich. Weiter geht's nach O-2. Nehm ich an. Ich stehe hier und gucke diese Bereich. Ja, los geht's. Ich muss mir gerne nachkommen. Ich spiel sehr wenig mit Shotgun. Hä? Ja, dann bleib halt dahin. Ist doch egal. Mit große Hilfe bist du das scheinbar auch nicht, wenn du nicht bei Leitern laufen kannst. O-2. Wappsassa. O-2 scheint etwas problematischer zu werden. Wappsassa. Hm... Okay, dass äh... Ging noch. I-2 right here. Wir sind schon tot. Ja, kommt bis Tode, bis Munition gesparen. So, äh, ach so, Tank und Pumpe sind hierbei, deswegen sind es in Ordnung, der Tank sieht auch. Also, diese Seite sieht gut aus. Da muss man bestimmt hinten auch noch irgendwas machen. Mal gucken, ob das jetzt gereicht hat. Weil es teilweise zwei Lampen sind. Äh, ist beides grün, na gut. Dann wird O2 jetzt auch bestimmt fertig sein. Hops, das ist gar nicht soweit. Na, möchte ich noch irgendwer rein teleportieren und nicht auf den Sack gehen? Keiner? Das irritiert mich jetzt aber. Hm, ich hab jetzt mit mehr Gegenwehr gerechnet. Gut, äh, wo müssen wir dann diesmal hin? Wahrscheinlich oben bei dem Tank-Ding, ne? Hier sicherlich. Da waren wir noch nicht. Ich hasse Gegner, die sich rein teleportieren. Das mag ich nicht. Ähm. Da muss ich jetzt hier noch irgendwas machen. Ich seh grad nicht, äh, wo mein, wo meine Aufgabe hier liegt. Ah, der muss ich in den Reaktor. Boah. Stimmt, da hatten sie irgendwas gesagt. WG Schnellsatt. Ja, ja. Da muss ich bestimmt beide Seiten aktivieren. Jetzt kommen wir auch oben an die Leiter. Oh. Oh. Das liegt aber auch. Oh. Jetzt mal raus aus dem Reaktor. Nächster Ladescreen ist ja eine kurze Sequenz nur. Ja, schön vollheilen alles. Ja, speichern wir mal, bevor wir diesen Sprung wieder verkacken. Damit hab ich nämlich gerechnet. Ähm. Ich war auch nicht bis ganz nach oben gelaufen. Noch ein kleiner Supply Room. Sehr schön. Ja, haben wir da noch irgendwas? Ne. Die kommen nur runterfallen. Da vorne. Da kann man nicht verschieben. Das möchtest du mir noch erzählen. Okay, aufjabig. Achso, du möchtest mitkommen. Na gut. Oh, wen haben wir da? Ich hab keine Granaten mehr. Ich hab keine Granaten mehr. Versuchst du mir absichtlich davor zu laufen, du Arsch. Hier sind mehrere Portale. Oh. Oh, fuck dir doch aus dem Weg, du Penner. Wieso schießt du auf mich? Ich hab nur drei HP, weil sogar der Wachmann auf mich gefasst hat. Sehr pfiffig. Oh, ich bin tot. Ne, doch noch nicht. Ja. Ja. Der Wachmann Typ, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Hi Gordon. Wie hieß... Ja, hi Gordon. Du mich auch. Du bleibst diesmal hier. Nichts als Unsinn im Sinn hat er. Na den guck ich mir nochmal an. Da geht er wieder rein. Jetzt geht sich ja nicht nochmal um und winkt. So, was haben wir denn, um die Leute hier ordentlich zu bekämpfen? Nehmen wir erstmal den Staubsauger. Na? Na komm her. Mal backlinken wir sollen, ne? Was haben wir hier? Hier sind ja überall Portale. Was ist denn hier los? Muss das so? Gibt es hier noch was zu holen? Ich hab keine Ahnung wo ich hier bin. Ich suche eigentlich nur noch ein bisschen Leben. Und genau das finde ich. Ja sehr gut. Viel mehr wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Aber immerhin etwas leben. Sieht alles sehr vertrauenserweckend aus. Ich möchte jetzt ja eigentlich mal ausprobieren, ob die Portale alle woanders hinführen oder sowas. Ja. Aber wahrscheinlich... Muss ich halt hier einfach bloß das erste bisschen nehmen oder so. Speichermalung, geh mal rein. Hups. Ah, das ist ein Test-Setup. Wo man zwischen den beiden hin und her geht. Okay. Ähm. Wo sind jetzt die, wo ich dann wahrscheinlich rein muss? Ich muss nämlich jetzt noch was nach Accent. Und die Aliens aufhalten. Okay. Das ging runter in den Reaktor. Ähm. Aber von da komme ich halt nicht großartig weiter. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier rein, wenn da los ist. Und dann muss ich... hier rein. Ah. Gucke mal. Wo war ich denn jetzt? Oh fuck. Ein paar Granaten mitnehmen. Kann man ja immer mal gebrauchen. So. Und was uns nach dem Portal erwartet, das seht ihr morgen im nächsten Teil. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.